Wolfsburg, da befindet sich mein Herzblut, der Vorfeld in Wolfsburg. Und da bin ich stolz, dass ich einer noch der letzten Kundenträger bin und auch aus Überzeugung. Wenn ich dieses Trikot überziehe, dann bleibt einem Wolfsburger gar nichts anderes übrig, als stolz zu sein auf das Sportliche, was diese Stadt verkörpert. Ich finde schon, dass Wolfsburg eine sehr moderne Stadt ist. Ist ja auch eine sehr junge Stadt. Immer wenn man irgendwas machen will oder sich mit Freunden treffen will, fährt man halt nach Wolfsburg. In meinem Alter kann man dort viel erleben. Neue Stadt, moderne Stadt, ich fühle mich hier selber. Wenn ich Schlag spiele, ich vergesse alle meine Probleme. Ich habe keine Sorgen, ich bin frei. Ein Sammelsurium der Kulturen und somit ist für mich ein Gehaltssatz sehr maßgebend, dass es interkulturell agiert. Die Integration hat seine Zeit erfordert. Aber so wie es heute ist, kann man sagen, dass es eine Erfolgsgeschichte ist. Bei鏡eln Bei nt Vielen Dank.